Hey Leute, sorry, es hört sich so an, als wäre ich gerade aufgestanden. Ich bin gerade aufgestanden. Leute, wir haben ja zur Zeit den Dieselskandal. Und es ist richtig günstig, jetzt Autos zu kaufen. Also mein Traum wäre ein 5er BMW. Kein scheiß VW. In der Stadt cruisen, im BMW. In der Hosentasche dickes Portemonnaie. Die Miezen schauen mich an, what the fuck. Hier in der City bin ich crazy. Was ist ein Tuck? Ich fahre einen 5er, voller Stadt und Leder. Was mit Verstärker, du darfst nicht reden, du hast einen VW. Ich hab kein VW, ich fahre einen Opel. Scheiß auf VW, ich fahre einen 5er, voller Stadt und Leder. Was mit Verstärker, du darfst nicht reden, du hast einen VW. Ich fahre einen 5er vom BMW. Ach ja, ich hatte ja vor ein paar Videos gesagt, ich hab mein Handy verloren. Ich hab es wieder gefunden. Ihr glaubt nicht, wo es drin war. Es war in meiner Hosentasche. Also da wäre ich nie drauf gekommen. Letztens habe ich gelesen, eine Frau wollte mit ihrem Auto in 60 Kilometer entfernte Brüssel fahren. Mit Navigationssystem. Hat sich aber leider ein bisschen verfahren. So um 1400 Kilometer. Sie fuhr über Deutschland, Österreich bis nach Zagreb. Das ist in Kroatien. Gestern hab ich probiert mit Wein zu kochen. Nach dem 5. Glas wusste ich nicht mehr, was ich in der Küche wollte. Ich war beim Friseur gewesen. Total lustige Geschichte. Also ich bin relativ spät hingefahren, so gegen 6 oder 7 Uhr. Das ist bei mir hier in der Nähe gewesen. Hat ganz neu aufgemacht. Als ich bin rein, ich glaube, das war Syrer, Kurde, kurdischer Syrer, Syrer, Kurde, Türke, Afghane, Rumäne. Bruder, ich hab keine Ahnung, was er war. Kanake, Bruder. Ich darf das sagen. Auf jeden Fall, ich geh rein und sag zu ihm, Entschuldigung, haben Sie noch auf? Er so zu mir, dieser Junge und dieser und... Ja, ich so, okay, alles klar und hab mich hingesetzt. Also er hat mich noch nicht mal verstanden. Er hat gedacht, ich... Okay, war nicht lustig. Ich hab mir eine Schokolade gekauft und ich wollte die jetzt genießen. Aber irgendeiner hat sie schon weggegessen. Ich bin richtig traurig. Ich habe mir eine Schokolade gekauft und ich wollte die jetzt genießen. Ich habe eine Schokolade gekauft, aber ich will auch die jetzt genießen. Ich habe eine Schokolade gekauft. Zug, ich habe eine Schokolade gekauft... Ich will eine Schokolade gewinnen. Ich will eine Schokolade...